treten sie näher treten sie ein ich konnte das folgen sie mir auffällig so hier können sie platz nehmen am besten vordere reihen hintere rein mittlere reihen alles hört man uns von hier wenn es zu laut oder zu leise ist bitte dann um handzeichen oder was auch immer miss von and war die letzte ist wenn ich das richtig gesehen habe effekt bitte setzen sie sich hört man uns denn auch in den hinteren rein sie können sich auch weiter nach vorne setzen wenn sie wollen davon ist noch platz geld dabei ist niemand ist jetzt gut passt ja dann heißen wir als die zeiten von sante nie die bürger dieser stadt willkommen zu der debatte um den bürgermeister dieser stadt zu wählen wir haben hier unsere zwei bürgermeisterkandidaten mr bates und mr morten die ihren fragen beantworten werden zuerst werden wir die presse miss weit und ich die fragen an die beiden kandidaten stellen jeder kandidat hat pro frage in etwa eine minute zeit zu antworten und ja dann werden wir sehen wie die debatte sich so vollführt ich werde mit meiner sanduhr genau die zeit abmessen ich hoffe das ist verständlich passt sie zu einer frage eine naja selbst eine anmerkung haben können sie anschließend an die antwort gerne noch die frage an die kandidaten richten aber die primären fragen stellen erst mal wir so ist es falls jemand eine frage hat und sich nicht laut sprechen traut lassen kann das mir ins ohr flüstern und ich flüschte es dann vorne laut raus da kommt noch wer warten wir noch ein vielleicht eine minute da kommen noch die leute auch das office kommt kristi und dritte guten tag der marschel ist auch zugegen wunderbar kommen sie treten sie näher gut nehmen sie ruhig platz ja wir weiß nicht sie können nach vorne platz nehmen oder auch nicht gut dann würde ich sagen fangen wir doch mal mit den fragen an sehr gerne sie fühlen sich bereit gerne ich freue mich hier sein zu dürfen wo all diesen wunderbaren und unterschiedlichsten menschen gut dann stellen wir doch mal die erste frage welche pläne und ziele verfolgen sie denn für der amtszeit wollen sie anfangen mr bates mr bates ein wenig lauter bitte ja wurde ich was gefragt verzeihe ich ja kann man die frage wiederholen von ihrer seite auf sie doch an mr morten ja also gut wie ich schon ganz häufig erwähnte verfolgen mr bates und ich dieselben ansichten in dieser stadt es geht grundsätzlich um eine gewaltenteilung ich glaube wir alle sind uns bewusst hier zu stand lande dass wir so etwas benötigen wir verfolgen jeglich verschiedene herangehensweise meine in meiner politischen meinung ist eine die näher dem volk gesteht die dem volk mehr macht gibt und die stadt in die hände des volkes legt und nicht eine naja ich möchte das nicht abwerten aber die das risiko einer korruption bürgt und natürlich ist es mir auch darum wirtschaft und bürger zu lande mit vollem maß zu unterstützen perfekt in der zeit mr bates ja verzeihung wenn man die frage noch mal wieder wenn man die frage noch mal wiederholen könnte weil die können ruhig etwas lauter sprechen mr bates ich habe die mr bates redet schon bereits die frage ist welche ziele und pläne haben sie für ihre amtszeit mr bates ja ich stebe wie schon gesagt eine gewaltenteilung an ja auch wie mein wahlprogramm häufig erwähnt ich stebe ein stadtrat an bestehend aus fünf mann aus verschiedenen schichtgruppen ja an dieser stadt stebe an dass wir den obersten richter in diese stadt bekommen ja das sind grundsätzlich erst mal die änderungen die ich einführen werde und grundsätzlich kann man sagen nun dass ich mich einsetze damit mehr betriebe in dieser stadt kommen ja um der arbeitslosigkeit entgegen zu wundervoll dann zur zweiten frage die schweiz die zweite frage sie das wäre etwas spezifischer wie wollen sie denn das problem in der mit der armut in der stadt angehen haben sie denn da irgendwelche vorschläge das wort hat mr morten ja also gut grundsätzlich ist der ansatz von mr bates die arbeitslos gegen die arbeitslosigkeit anzuwirken ein guter arbeitslosigkeit erfüllt menschen sie ist dafür da menschen eine struktur in den tag tag zu geben und wird auch gegen armut gehen aber auch privat möchte ich mit meiner stiftung stiftung morten gegen armut anhelfen die natürlich von subventionen unterstützt werden kann ich spreche davon bildungseinrichtungen für alle bürger gleich ich spreche da aber auch von privaten und gesundheitlichen förderungen dass menschen eine bessere chance die grundlagen gelegt werden für menschen aus der armut auszubrechen geben die frage weiter an mr bates wenn man die frage wieder wiederholen könnte bei mir was werden was was tun sie gegen die armut in dieser stadt was sind da ihre ihre vorschläge was sie als bürgermeister umsetzen würden hier nun eine stiftung ist natürlich kann sehr viel von korruption bedeuten vor allem wenn man eine stiftung innerhalb eines staates gründen grundsätzlich kann man sagen dass ich wie auch zuvor als adjutant mehrere unternehmen bewilligen werde wir sind schließlich die hauptstadt und desto mehr unternehmen geschaffen werden desto mehr arbeitsplätze werden geschaffen und desto mehr kann man der arbeitslosigkeit entgegenwürgen ja ein horcher bates das war kurz und prägnant wunderbar sie machen sich beide sehr gut mit der zeit ja mich weit bitte stellen sie die nächste frage wie planen sie die wirtschaft in unserer stadt zu fördern und neue arbeitsplätze zu schaffen mr bates ja also wie planen sie die wirtschaft zu fördern und mehrere arbeitsplätze zu schaffen war die frage nur die wirtschaft zu fordern nun dementsprechend kann ich mich eigentlich nur wiederholen die wirtschaft zu fördern ist natürlich sehr groß wissen wir sind der meinung jeder ist glückes eigener schmied und das ist auch die devise meiner partei ist so die denkweise und jeder soll was aus sich machen ja jeder soll eine eigenes unternehmen können desto mehr unternehmen wir haben ja desto mehr können wir die wirtschaft ankurbeln und ich bin der meinung dass gerade sonne nie ein nun ja ein standbein der wirtschaft sein sollte in diesem stadt ja wunderbar mr martin ihre replik drauf mr martin was was ist ihre antwort ich strebe eine liberale politik an ich möchte unternehmen in dieser stadt freiheiten lassen freiheiten die sie benötigen und somit die unternehmensgründung zu lande in dieser stadt attraktiver gestalten dass menschen hierher kommen unternehmen gründen und somit die wirtschaft fördern ich spreche da zum beispiel von der vollständigen steuerbefreiung einer subventionierung der pacht aber auch einem unkomplizierten und schnellen ablauf wunderbar na gut kommen wir zu einer frage kurzen moment ich muss meinem büchler nachschauen wie werden sie mr morten die steigende bevölkerungszahl unserer stadt bewältigen versuchen die steigende bevölkerungszahl ist einerseits eine chance für diese stadt andererseits treibt sie uns auch an die grenzen unser gesundheitswesen ist ausgelastet das sheriffsoffice war lange zeit unterbesetzt wir brauchen mehr naja menschen die zu lande arbeiten ich glaube eine möglichkeit ist es arbeitsplätze attraktiver zu gestalten für menschen generell glaube ich sollten wir den bevölkerungszuwachs zu lande als eine chance betrachten und ihn nutzen wie mit einem instrument wie mit einem werkzeug wunderbar mr beitz ihre antwort ich denke mal bei der sache kann ich mich dementsprechend nur anschließen eine bevölkerungszuwachs sollten wir als chance nutzen wissen wir alle leben in dieser hauptstadt und desto mehr bevölkerung in dieser hauptstadt nun kommt desto mehr kommt natürlich auch die sicherheitsfrage nun hoch und man kann nur dementsprechend sagen dass das polizipark und auch in dem sinne meine vollste finanzielle unterstützung bekommt um diesen entgegen zu wirken wissen ja sehr gut mr beitz so hat das publikum hier zufällig eine frage die auf die themen hier aufschließt falls ja bitte melden durchaus ja ja sprechen sie laut und deutlich wie stellen sie sich vor mr morten ein unternehmen zu führen was keine steuern zahlen muss wie wirtschaft wird dann die wirtschaft am lieben bleiben worauf ist wirtschaft bezogen auf den haushalt des staates naja im moment finanzieren wir uns ja durch verschiedene möglichkeiten wir besitzen ein großteil der immobilien hier in dieser stadt welche unseren haushalte zum größten teil finanzieren und uns als rathaus auch liquide halten wie ich auch schon gestern in der sprechstunde erwähnte ist glaube ich auch die verstaatlichung ein naja ein paar unternehmen vielleicht ein ansatz den man verfolgen kann einerseits könnte man es als investitionsmöglichkeit sehen um unternehmen zu fördern und um den staat naja mehr finanziellen zufluss zu ermöglichen ich glaube nicht dass wir in einer solchen aufbauphase unternehmen mit starken steuersätzen belasten sollten nun ich spreche auch nicht von starken steuersätzen aber so gar keine ja dann kommen wir aus ich würde das natürlich alles in einem plan festhalten alles analysieren und auf den derzeitigen stand anpassen und dann ist genau so errechnen dass der haushaltsplan damit hinkommt es ist alles im möglichen danke die breche würde darauf auch mich der beiz um meine antwort bitten das war eine sehr interessante frage die frage war wie man die steuern ja es geht eben generell um die steuern in dem fall ob mit oder ohne steuern wie sie das quasi bewältigen wollen finanziellen bedürfnisse der stadt die sozialen abgaben et cetera nicht wie sie das halt eben handhaben wollen grundsätzlich gehören steuern nun mal mit zum leben dazu ja aber man muss eine gewisse stadt beinhalten und natürlich einen niedrigen steuernsatz anstreben um es auch den unternehmen so leicht wie nur möglich zu machen aber grundsätzlich finanziert sich nun mal ja eine staatskasse durch steuern und durch anderen einnahmen ich glaube oder dementsprechend vielleicht auch durch spenden ich glaube ich glaube ich bin raus ich glaube es liegt nicht an dem ts ich glaube das liegt der mr bates hat dich auch nicht gehört ich glaube es liegt an diesem sync bei so viele leute auf einmal wieder auf einem ort sind und dass dann manche sehen dich vielleicht gar nicht manche hören dich nicht und so weiter das hat man bei der hängung auch schon das hat man bei der hängung auch schon da habe ich zum beispiel den gehängten gar nicht gesehen und manche haben geredet und gar nicht dann darf ich auch einmal das wort ergreifen natürlich bitte debatte wunderbar da haben sie natürlich recht es bürgt natürlich ein hohes risiko an kassion wissen sie aber dadurch dass bei mir eine partei hinten dran steht haben wir dementsprechend der mr bates hat dich scheinbar nicht gehört der mr morten hat dich aber gehört also dass ich weiß auch nicht wer von den leuten da hinten alles hört im endeffekt kann man nichts machen weil die die das scheinbar an dem skript oder so dementsprechend auch öffentliche ämter nicht häufig sind politik ist sowieso aber ja es ist natürlich meine meinung an sich und ich denke mal das sollte auch bei jedem anderen eine meinung sein dass politik niemals käuflich ist sondern nur durch moral liegt natürlich aber ich meine genau dass die richtigen prinzip und wenn ich das richtig verstanden habe zählen diese regeln die der moral kodex nur für menschen die in ihrer partei sind was machen sie wenn sie ein staatsangestellter haben denn nicht mitglied ihrer partei ist vielleicht aus persönlichen überzeugungen wie wollen sie dagegen dann vorgehen so etwas kontrollieren nun wissen sie mr morten man kann nicht alles kontrollieren wirtschaftskriminalität gehört schon übermeldung ja scheiße das ist gut man natürlich entgegen die frage sind wunderbar man kann ein solches risiko das war auch irgendwie ein cooles ding mit wo ich dann quasi repliziert habe deine frage noch mal hingestellt habe weil es ihr vorher nicht gehört habt hat sich eigentlich cool ergeben irgendwie ein cooles dynamisches spiel aber es ist natürlich blöd ja wenn halt wie wollen sie das verhindern mr morten sie meinen korruption darum geht es ja doch gerade oder ja natürlich ich sehe es ähnlich wie mr bates verbrechen menschen die sich nicht an regeln halten naja die gibt es immer man kann ihnen nur die möglichkeit geben chancen ermöglichen dass sie so etwas nicht ergreifen etwas verhindern und ich glaube spenden ist ein naja hat ein erheblich maß darauf ich meine es ist wissenschaftlich bewiesen von studien dass wenn menschen etwas geben ohne etwas zu fordern unser unterbewusstsein hat vollkommen automatisch den drang verspürt etwas zurückzugeben eigentlich wer das bewusst wollen oder nicht es passiert aber die leute natürlich wer sagt dass die spenden nicht anonym sein können gute frage ja was sagen sie zu anonymen spenden natürlich wäre natürlich eine möglichkeit aber dafür muss man die hand auf oder nein nein dafür muss man den sinn von spenden verstehen was haben explizit sie vor mr morten um die korruption zu verhindern ich wäre gegen spenden bürger gehen sie doch mal weg von den spenden beantworten sie doch bitte meine frage was haben sie vor gegen korruption vorzugehen ich möchte hohe gehälter zahlen in dem land der ist für staatsbeamte und für alle anderen mitarbeiter um die hemmschwelle und der auf dem feld wenn sich totakommt für penny oder was von welchem geld wie finanzieren sich diese großartigen gehälter für die staatsangestellten wie ich schon vorher sagte durch die finanzierung und durch unseren derzeit aufgestellten haushaltsplan der immobilien position mit viel verantwortung müssen auch dementsprechend gut bezahlt werden und ich glaube das ist ein interesse aller bürger wenn menschen vielleicht ein bisschen mehr geld bekommen aber dafür die verantwortung ernst nehmen für eine so hohe masse an menschen verantwortungsbewusst zu regieren das heißt sie wollen aber dafür noch mehr pennys aus den geländen lücken und aus dem eigenen rad auszuschieben das ist ja eine frechtheit so was will ich doch nicht aber genau nachher hatte ich ja gesagt möchte ich die steuer befreien ruhe einer nach dem anderen gentlemen jetzt bleiben sie doch mal vernünftig es wird immer das werden sie nicht ändern es wird immer jemand der oben sitzt ein reicher und ein armer das werden sie auch nicht ändern das wird auch mr bates nicht ändern genauso wie sie korruption nicht abschaffen können korruption muss immer geben jeder von den hier wahrscheinlich käuflich genauso wie sie oder mr bates da muss wahrscheinlich nur eine gewisse summe auf dem tisch liegen das werden sie nicht abschaffen können genauso wie die reichen und die armen gesellschaft es wird immer arme schlucker geben und immer einen der ganz oben sitzt das stimmt aber man kann dagegen wirken und deswegen sagte ich möchte ich die unternehmen steuer befreien und und bürger dass keiner den eindruck hat er finanziert diesen reichtum im rathaus sondern für den einwand jetzt aber sie sagen dass durch nicht vorhandene steuern beziehungsweise gesenkte steuern sich automatisch dann die hohen gehälter finanzieren die sie zahlen wollen das naja klarstellen ich glaube er meinte halt die grundsteuer die steuer auf die immobilien nicht das wird nämlich mal an nicht oder so hat sich das angehört aber sind die einnahmen des staates oder die einnahmen des staates bestehen gerade meines wissens ganz zum großteil aus dem immobilienmarkt und das soll so bleiben oder wie ja das soll so bleiben wir möchten das noch weiter ausbauen und ich möchte noch bestimmte teile von unternehmen verstaatlich natürlich mit deren einwilligung wie ich schon sagte zum zwecke der investitionen und unterstützung und zur finanzierung des rathauses ich möchte aber im gegenzug unternehmen von ihren steuern entlasten und von welchem geld wollen sie unternehmen staatlich finanzieren von den einnahmen der immobilien ja und von den investitionen in die unternehmen ich hatte da auch schon eine rechtsform gedacht kommilitisten komplementär eine kommanditgesellschaft es wäre eine passende rechtsform man hätte nur ein widerrufsrecht aber das geht zu sehr ins detail wer garantiert uns das an die mieten gesteigen nein im gegenteil es geht auf masse jeder bürger soll sich eine wohnung leisten können und wenn sich jeder bürger eine wohnung leistet dann kommt genügend geld zusammen man muss ja nicht nur wenige teure wohnungen haben man kann ja viele günstige haben und das geld fließt dann ausschließlich in die finanzierung des staates und nicht auf privatkosten wie zum beispiel eine kutsche das geld der mieter nahm natürlich diese mittel werden ausschließlich zur finanzierung des staates verwendet das bekommen wir ein gehalt und das können sie garantieren ja damit garantiere ich dafür stehe ich mit meinem wort gut dann ist der page haben sie dazu etwas zu sagen ja also grundsätzlich kann man sagen dass das ansichten ja sehr schön sind aber der haushaltsplan nicht ganz durchdacht ist ja nun grundsätzlich wie schon vorhin sagte steuern ich gehöre nur mal mit dazu um eine aufrechte regierung und haushaltsplan vorzubeugen und wie sie alle auf dem wortlos gehen ja ja toll das ist natürlich muss man den steueransatz anstreben um es der bevölkerung so einfach wie nur möglich zu machen aber er hat gute idee der modern durch die einnahmen natürlich der wohnungen und ich denke mal das sollte auch weiterhin so beibehalten werden das ist doch ein widerspruch sie sagen steuern sind von nöten im moment verlangen wir keine steuersätze zumindest nicht als staat direkt aber dann verursachen sie steuern sind benötigt um den haushalt zu finanzieren warum auch immer wieder von den steuern der wohnungen ja also gut ja dann habe ich mich vielleicht unseitig ausgedrückt ich spreche auch von den steuern also den finanziellen aufbringungen die man braucht um hier in einer wohnung zu wohnen diese mittel sollen in den staat fließen gut noch fragen zu diesem thema offen von euch danke gut dann gehen wir weiter mr bates ja wie wollen sie die transparenz und rechenschaftspflicht in der städtischen verwaltung sicherstellen nun die transparente ist natürlich eine sehr wichtige frage und äh dementsprechend gibt es auch eine antwort wissen sie ähm durch die schaffung des bürgermeistersamt von meiner seite aus werde ich ein stadtrat ins leben rufen das stadtrat wird das oberste glied und hierarchie in dieser stadt sein und alles was dieser stadtrat entscheidet wird durch einen repräsentanten sprich durch den bürgermeister offen verkündet in form von aushängen natürlich muss man auch immer wieder vor augen halten dass man nicht zu sehr populär in der öffentlichkeit spricht sondern natürlich auch form von aushängen und ab und zu auch mal eine rede anstrebt aber die sollte nicht zu oft vorkommen ja aber selbstverständlich gehört transparenz mit dazu und das wird vollstens unterstützt ja nicht im orden ja auf die hause Mr. Bates ich bin für vollständige transparent wir im rathaus der stadtrat und der bürgermeister verwalten und vertreten dieses volk also sollte das volk auch das rechtrahmen darüber informiert zu werden ich bin der meinung die menschen sollten über gehälter über naja über prozesse und geplante ereignisse informiert werden so dass sie sich eine meinung darüber bilden können und im gegebenenfalls mit den gegebenen rechtsmitteln dagegen angehen können zumindest ist es ihre stadt als volk wunderbar Mr. Morton wie wollen sie das halten mit mit der obrigkeit hier quasi mit den officers etc ein verfahren oder wie soll ich sagen wird es gerichtsverfahren geben oder wird das weiterhin in der zuständigkeit der polizei behörden bleiben nein das ist der sinn einer gewaltenteilung dass es ein richter gibt und jeder mensch das recht auf ein richter richterliches gehör hat das heißt jeder mensch der sich ungerecht behandelt fühlt der denkt dass er in seinen rechten verletzt wurde kann klage erheben selbst gegen den staat selbst jeder hat das recht angehört zu werden und ich möchte mich an der französischen verfassung orientieren dass richter und staatsanwälte verpflichtet sind diesen nachzugehen bis es zu einem endgültigen entschluss gekommen ist somit möchte ich sicherstellen dass jeder mensch die möglichkeit hat auf seine rechten zu beruhen und sich darin nicht verletzt werden kann und die einzige adresse zu dem er gehen kann die person ist die sie auch verletzt hat ich strebe dafür ein zweigeteiltes judikativen system an ein obersten richtshof und ein stadtrichter die für unterschiedliche aufgabenbereiche unabhängig voneinander sind beide von einem richter wahlausschluss welcher sich aus dem senat des stadtrates zusammensetzt bildet nicht schlecht mr bates wie stehen sie dazu dementsprechend kann ich nur sagen mr morden ihre ansichten sind natürlich sehr schön aber wissen sie es ist von zu viel bürokratie umgeben wissen sie grundsätzlich müssen wir uns hier nach der amerikanischen verfassung orientieren auf den unsere gründer für das eine gekämpft haben und dieses land aufgebaut haben letztendlich kann man nur sagen eine gewaltenteilung gehört mir dazu auch in meinem regierungssystem in dieser stadt wird es einen richter geben ja dieser richter wird für gravierende fälle zuständig sein und natürlich soll jeden bürger der natürlich festgenommen wird auch rechtliches gehör geschenkt werden sollte er dies wünschen dementsprechend kann man nur sagen dass ein richter immer dazugehört oder eine unabhängige meinung sowieso und dementsprechend ja wird ein richter immer mit spracherecht besitzen grundsätzlich kann man auch sagen dass ich in meiner regierung einen sogenannten sicherheitsrat gründen möchte er besteht aus dem chief of police dieser stadt und aus den marscheln und aus dem bürgermeister der für gravierende fälle verantwortlich sein wird ja applaus fragen hierzu vom publikum ich hätte eine anmerkung ah ok bitteschön mr mord das 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 Damit, naja, hat man sozusagen, wenn man sich geschickt anstellt, die komplette Kontrolle über die Stadt. Es ist der fruchtbarste Boden für Korruption, ein System, was zu missbrauchen aufruft. Und ich möchte Ihnen nichts unterstellen, Mr. Bates, aber wer weiß, wer Ihr Nachfolger wird mit einem solchen System. Ich bin der Meinung, der Stadtrat sollte vom Volk gewählt werden. Und der Stadtrat mit den Vertretern des Volkes wählte an einem Bürgermeister, der ausschließlich für die Verwaltung und Umsetzung der Gesetze in dieser Stadt zuständig ist und keine politische Position einnehmen darf. Es wäre ein Desaster, wenn die Person politische Entscheidungen treffen darf, sie auch gleichzeitig umsetzt. Das würde zu viel Macht geben und Menschen hierzulande, naja, in einer gewissen Art und Weise berauben. Mr. Bates, was sagen Sie, Darcy? Mr. Morten, wissen Sie, Ihr System hat zu viel Bürokratie. Wo wollen Sie die ganzen Menschen hernehmen, frage ich Sie als Gegenfrage. Grundsätzlich kann ich aber auch daraufhin antworten und gleichzeitig sagen, dass mein System natürlich fortschrittig sein wird. Wissen Sie, der Bürgermeister ist dazu verpflichtet, unabhängige Personen in diesen Stadtrat zu ernennen und natürlich auch als oberste Amtshierarchie zu bilden. Nun, wie gesagt, schon meine Gegenfrage ein bisschen dran. Wo wollen Sie diese ganzen Personen hernehmen? Dankeschön. Jedermann kann sich zur Wahl aufstellen lassen. Ich habe noch keinen exakten Plan ausgearbeitet. Aber jeder, der sich zur Wahl aufstellen lässt, kann ja auch etwas anderes nebenbei machen. Nehmen wir als Beispiel Mr. Richter von der Carliga Hall oder Mr. Foster oder Miss Foster von den Büchsenmachern hierzulande. Diese Menschen können dann ihre eigenen politischen Meinungen und Probleme mit in die Politik bringen und werden damit mit einer Aufwandsentschädigung entschädigt. Sie müssen ja nicht fest im Rathaus angestellt werden. Aber Sie können ja als Vertreter des Volkes gewählt werden und somit viel mehr Meinungen mit einbringen, die dann in die Gesetze, die beschlossen werden, eingeflossen werden und nicht die subjektive Meinung einer Person, die irgendwann mal gewählt wurde. Es ist einfach zu einseitig, zu eindimensional, Mr. Bates. Alles, was bestimmt wird, geht durch Ihre Augen. So durch die Augen des Volkes. Durch ganz viele verschiedene. Herr Bates, wollen Sie dazu noch Stellung nehmen? Wenn nicht, habe ich die nächste Frage. Gerne würde ich dazu Stellung nehmen. Wissen Sie, grundsätzlich kann man sagen, dass ein Mann gewählt wurde, der vorher schon im Rathaus tätig war. Das heißt, grundsätzlich muss man sich schon vorher beweisen, dass man für die Politik geschaffen ist. Und wenn man gewählt wird, dann ernennt man natürlich einen Stadtrat, aber auch in Ihrem System, Mr. Morden, ernennt man auch einen Richter, sein es das Bürgermeisteramtes. Dementsprechend kann man der Korruption in beiden Fällen nicht entgegenwirken. Und wissen Sie, ein Stadtrat soll natürlich immer mit Bedacht gewählt werden. Und wenn man schon von Anfang an heraus hört, dass dieser Mann nur aus Macht aus ist, dann wählt man so einen Menschen auch nicht. Naja, aber es gibt ja auch so etwas wie Täuschungsversuche, Mr. Bates. Und wie ich schon sagte, ich möchte Ihnen nichts unterstellen, aber es gibt leider Menschen mit bösen Absichtigen hierzulande. Zudem möchte ich gerne noch einmal widersprechen. In keinem Fall wird ein Richter bei mir ernannt. Er wird von dem Richterwahlausschuss... Naja, gewählt und anschließend ernannt. Der Richterwahlausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Stadtrates und zufällig gewählten Bürgern zusammen, die dafür auch eine Aufwärtsentschädigung bekommen. Es sind zwar viele Menschen involviert, aber es sind dann so viele Meinungen, so viele Perspektiven mit eingebracht. Das ist eine wirklich volle Transparenz und volle Demokratie ist. Und dafür muss man diese Menschen ja nicht gleich im Rathaus anstellen. Man kann sie ja lediglich entschädigen. Nun, wenn ich eine Frage an der Stelle an sich stellen darf, Mr. Morton... Natürlich, natürlich. Wird dann die komplette Stadt dann förmlich im Rathaus arbeiten, unter Ihrer Meinung nach? Auch nicht schlecht. Wie ich gerade schon sagte, kein Mensch muss im Rathaus arbeiten, legen sich der Bürgermeister, die Sekretäre und die Adjutanten und natürlich der Richter und Staatsanwalt. So wie es jetzt auch schon vorhergesehen ist, alle anderen sind Bürger dieser Stadt, die sich politisch, äh, naja, mit einbringen möchten. Ich meine, die Menschen, die in ihrer Partei sind, sind ja auch keine Mitarbeiter, äh, des, des Stadts. Die kriegen eine Aufwandsentschädigung für ihre Zeit und für ihr Können. Und wenn alle Bürger von dieser Stadt in die Politik mit eingebunden werden... Sie machen es gut und gesittert, also ganz anders als die Politiker-Debatten, die ich kenne. Wäre es doch auch wunderbar, dass jeder Mensch darüber abstimmen könnte, direkt. Aber so ist es nicht. Es wird über Vertreter gemacht, die sich die Regeln spielen können. So, wenn wir schon bei der Personaldebatte sind, gell, habe ich gerade eine Frage, nicht? Und zwar, wie wollt ihr das Problem mit dem, wie soll ich sagen, ähm, eher unterbesetzten Offices und, äh, so quasi des Offices lösen? Wie wollt ihr mehr Leute in die öffentliche Verwaltung und auch in die Exekutive bekommen? Mr. Bates? Was vom Gehalt? Mr. Bates? Nun, die für gewisse Positionen natürlich, äh, vorgemerkt sind. Und dementsprechend hat Holzen zufrieden auswählen können, ja. Mr. Morten? Was das Office anbelangt, kann ich mit Mr. Bates nur anschließen. Durch Subventionen unterstützen und da die richtigen Menschen dort benannt sind, auf ihre Kompetenzen, mit ihren Kompetenzen daran arbeiten. Was das Rathaus anbelangt, möchte ich, äh, mit Subventionen durch eine Stiftung, Bildungsrichtung einrichten, so dass Menschen nicht vorher viel Geld für ein Studium, äh, ausgeben müssen, sondern, äh, naja, dieses Studium bezahlt bekommen. Und damit einen, äh, naja, unkomplizierteren und leichteren Einstieg in die Politik bekommen. Wunderbar. Haben die Bürger dazu eine Frage? Ja. Wenn wir da melden. Ja, hier. Die Mieten, die Mieten. Oh, hier, passt. Sie sind am Wort. Michael O'Hara, Sir. Ähm, beim Thema Bildung, finde ich, kommen, äh, gerade die Arbeiterviertel, äh, zurzeit auf jeden Fall sehr kurz in dieser Stadt. Ja. Wäre es nicht möglich, dass man die Kirchen wieder öffnet und, äh, den Menschen eben dort die Möglichkeit bietet, sich im Namen Gottes zu bilden? Das ist eine spezielle Frage an eine Person von den beiden Kandidaten oder an beide Gleichheiten? Natürlich an beide. Dann, Mr. Bates, Sie haben das Wort. Dann, Mr. Morten. Ja, wenn man die Frage bei mir nochmal wiederholen könnte, bitte. Ähm, es geht darum, um das Armenviertel, dass die Leute, äh, eben arm sind und ob man nicht vielleicht auch die Kirchentore wieder öffnen könnte, damit die Leute auch wieder, wie soll ich sagen, Glauben und, und Unterstützung auch durch die Kirche bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Bildung durch die Bibel. Bildung durch die Bibel. Bildung durch die Bibel. Bildung durch die Bibel. Unbedingt. Wissen Sie, die Kirche und natürlich auch die Ressourcen sollte immer frei wählbar sein, ja. Ja, aber natürlich soll auch die Kirche unterstützt werden. Nicht finanziell, weil die Kirche sollte immer unabhängig von der Politik sein und dementsprechend sollten aber, aber auch die Kirche bald wieder ihre Tore öffnen. Und ich denke mal, das sollte sowieso schon bereits in Arbeit sein, ja. Von daher bin ich da zur vollsten Zufriedenheit, dass die Kirche hier bald einen Anklang findet und auch die religiöse Seite hier wieder zur vollsten Zufriedenheit ausgeliefert werden kann, ja. Mr. Morten, Sie sind in Worte. Ja, gut, bitte Sie, Mr. Bates. Amen. Meine Freunde, geehrte Jan, Mr. Morten. Gut, schweiz, der Mr. Morten wird jetzt noch replizieren. Mr. Bates hat vieles vorweggegriffen. Ich schließe mich dem an, wie ich, die Bauform hierzulande sind etwas kompliziert, aber ich glaube auch, dass einen Ausbau der Kirche, ich meine, wir möchten dem Volk ja auch eine schöne Kirche liefern, gerade schon immer im Auftrag sind. Aber auch die Förderung der Kirche und damit die Bildung der Bibel durch Subventionen oder private Stiftung vom Staat unterstützt, stehen natürlich in meiner Interesse. Herr Barth, ich stimme gerne, ist das, Sie hatten eine Frage. Ja, die Frage ist, wie wollen Sie alles finanzieren? Sie wollen mehr Gehälter erwirtschaften, Sie wollen Ausbildung für... Ja, aber Mr. McGillister, das hatten wir doch schon, oder? Nein, noch nicht. Er hat doch gesagt, durch die Steuern der Immobilien. Durch die Immobilien wollen Sie alles finanzieren, auch die Bildungseinrichtungen und so weiter und so fort, ja? Na gut, dann noch einmal die finanzielle Debatte ganz kurz, bitte Mr. Morten, in ein wenigen Worten und dann Mr. Bates. Ich fasse es kurz zusammen. Ich habe das Ganze in zwei Organe geteilt. Einmal in eine private Stiftung und einmal im Auftrag des Staates. Private Stiftung, Korruption. Der Staat finanziert sich durch die Einnahmen der Miete. Wir sind gerade dabei, viele neue Wohnungen in dieser Stadt zu bauen, welche diesen Finanzplan erhöhen werden und für alle Bürger günstigen Wohnraum nehmen. Grundsätzlich sagte ich aber auch schon, dass ich bestimmte Unternehmen mit deren Einwilligung verstaatlichen möchte, um Investitionen zu tätigen, ohne den Renditen und Dividenden, äh, naja, Anteil zu tragen, an der Position des Rathauses. Wieso ich das in eine private Stiftung unterteilt habe, ist der Grund, dass eine Stiftung auch Spenden annehmen kann und somit auch durch Privatpersonen finanziert werden kann und somit natürlich ein viel größeres Verhältnis auf Privatkapital möglich wäre. Aber Sie sagten doch gerade, Sie wollen keine Spenden annehmen. Keine Spenden für die Stadt. Ja, Korruption. Lüge. Keine Spenden für die Stadt, aber eine private. Mr. Bates. Private Stiftung, ich meine, das ist der Sinn von einer Stiftung. Und für was ist diese Stiftung? Für den Unterhalt der Bildung. Für den Unterhalt der Bildung, wie ich schon sagte. Also doch eine staatliche Stiftung zu einem Teil. Alles klar, dankeschön. Reicht mir. Mr. Bates, nochmal das finanzielle Thema. Nun, grundsätzlich kann man sagen, dass sich der Vorhaben doch recht schön anhört. Aber wir wollen sich jede Firma, die sie verstärken wollen, nun letztendlich auch finanzieren, wenn sie dadurch alles niedrig halten wollen. Grundsätzlich kann man sagen, dass, wie schon gesagt, umsteuern werden, wie gesagt, wieder zu. Und ich denke mal, wir sind ausreichend bestens versorgt mit der Mietfrage in dieser Stadt. Und dadurch fühlt sich natürlich die Staatskasse enorm. Sie wissen gar nicht. Ich meine, grundsätzlich kann man sagen, auch klein wie man bist, ja. Und dass der kleinste Dollar auch geschätzt wird, wissen Sie. Und man sollte nicht alles finanzieren und dementsprechend nur die wichtigsten Organe. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass man das Police Department gerne finanzieren kann. Aber man sollte niemals staatliche Unternehmen schaffen, weil, wie gesagt, schon von meiner Partei und auch meiner Ansicht, jeder ist Glückes eigener Schmied. So, wer wollte eine Frage stellen? Ich hätte hier noch eine Frage. Dann stellen Sie sie. Wie gesagt, schön und gut mit dem ganzen Rathaus und dergleichen. Dass die Leute angestellt werden sollen beim Rathaus. Und ich kriege halt nur mit, wie gesagt, jetzt auch in der Praxis von den Straßenjungen und dergleichen. Dass halt zum Beispiel, was machen Sie mit den ärmeren Leuten? Wie ja, die Mine muss mehr angekurbelt werden zum Beispiel. Wie gesagt, ohne die Leute werden wir langsam hier irgendwann auf dem Trocknen sitzen. Irgendwann, wie gesagt, in der jetzigen Lage ist es ja so, dass, und verstehen Sie mich nicht falsch, dass die Straßen hier momentan weniger sicher sind. Das ist korrekt. Dass halt mehrere Deputies auch den Waffen abgenommen bekommen haben. Und wenn halt irgendwann die Mine komplett zum Erliegen kommt, weil dort keiner Mensch mehr arbeitet, werden unsere Gesetzeshüter wahrscheinlich irgendwann mit Stöcken hier rumlaufen durch die Stadt. Es werden keine Kutschen mehr gebaut werden können. Ist natürlich schön, wie gesagt. Also ich sehe mich auch jetzt ein bisschen hochbetucht daran, aber es bringt ja nichts, wenn sich die Reichen die Bäuche immer weiter vollhauen, aber die Leute, die unten in den Minen arbeiten, irgendwann komplett zum Erliegen kommen, weil es einfach keinen Sinn macht für die Leute. Und sich dann wahrscheinlich eher den anderen Leuten anschließen. Also Sie stellen da also die soziale Frage, was die Bürgermeisterkandidaten gegen Armut und, wie sage ich, Verarmung von Unternehmen und Arbeitermangel gegen tun. Das klingt ja besonders bezüglich zum Beispiel auch der Miengesellschaft. Ja, natürlich. Ja, das ist ja auch ein Unternehmen. Ja, bitte, Mr. Morten, das Erste. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, unterteile ich die Frage in zwei. Einmal die Verarmung von Unternehmen und einmal die Verarmung von Privatpersonen. Beginnen wir doch mit den Unternehmen, in ihrem Beispiel die Mine. Ich habe viel von diesem Eisenmangel gehört und, naja, es gibt natürlich Menschen, die würden sagen, es liegt nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Es ist dabei ein Wirtschaftskreislauf. Haben wir kein Eisenmangel zu Lande, leiden darunter die Büchsenmacher oder zum Beispiel die Kutschenbauer. Das betrifft dann natürlich wieder diese Stadt. Deswegen müssen wir natürlich auch daran interessiert sein, sowohl im Innen- als im Außenverhältnis uns an sinnvollen wirtschaftlichen Unterstützungen zu beteiligen. Ich meine, Handlungspartner für Import und Export sind immer ein wesentlicher Bestandteil einer Stadt. Aber gut, um auf die grundsätzliche Frage zurückzukommen, ist es natürlich ein wirtschaftliches Prinzip, was so etwas regelt. Werden die Mine unterbesetzt, brauchen die Menschen mehr Eisen, werden die Preise teurer. Somit können Gehälter besser bezahlt werden und die Arbeit wird attraktiver. Natürlich könnte man dort auch wieder in bestimmten Fällen, Fällen in Verhandlungen gehen und mit Subventionen unterstützen. Um auf Ihre Frage der Verarmung von Privatpersonen zurückzugehen, greife ich wieder auf die Stiftung zurück. Ein souveräner Sozialstaat ist von Wichtigkeit für eine Stadt, um zum Beispiel Kriminalität entgegenzuwirken. Genau dafür ist es vonnöten, dass wir Menschen Perspektiven schaffen. Sei es, indem wir sie finanziell unterstützen, ihnen Bildung ermöglichen und ohne Vorurteile über sie handeln. Wunderbar, Mr. Bates. Um einmal auf die Frage zu kommen bezüglich der Armut von Privatpersonen. Grundsätzlich kann man sagen, dass man dies leider nicht entgegenwirken kann. Es wird immer Armut geben, egal in welchem Land, ob man in einem Land der Monarchie lebt oder auch in einem freien Land wie der Vereinigten Staaten. Ja, ja, sie ist bald zu Ende. Wobei, sie kann bis 22 Uhr ausgedeckt werden. Die machen das gut, die beiden. Die eine Chance bekommen soll, da ein Unterlebnis zu bekommen. Das Problem ist aber sicher ein Sync-Problem. Und dementsprechend werden Arbeitsplätze geschaffen. Und letztendlich muss man nur sagen, dass das die Leute auch annehmen müssen, diesen Arbeitsplatz auch anzunehmen. Und so kann man natürlich der Armut entgegenwirken. Wie schon gesagt, jeder ist Glückes eigener Schmied. Und das wird natürlich auch weiterhin verfolgt. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass man eine Verarmung oder die Frage war nochmal, wenn ich fragen darf, bezüglich der Unternehmen. Ja, wenn da jetzt zum Beispiel die Mine jetzt zu wenig Mitarbeiter hat oder eben zu wenig fördern kann. Ich verstehe. Nun, grundsätzlich kann man sagen, dass man überall seine Hilfe annimmt kann und dementsprechend auch zu einer Bank gehen kann und dementsprechend auch mit einem Kredit auch sehr viel entgegenwirken kann. Ja, aber warum sollte denn jetzt, wenn ich jetzt Mitarbeiter der Mine bin, warum soll ich mir denn einen Kredit nehmen? Nun, dementsprechend muss man sich aber auch vorher Gedanken machen. Wissen Sie, wenn man Glückes eigener Schmied ist, muss man sich auch immer vorher einen Plan machen, wie man am besten ein Unternehmen leitet. Und natürlich muss man sich auch vorher ausrechnen, macht sowas überhaupt Sinn? Wissen Sie? Mr. Bates, ich, wie gesagt, ich kenne die Leute, die Leute kommen bei mir jeden Tag, die, wie gesagt, die auf den Straßen hausen, wie gesagt, die auch in den Minen teils arbeiten, die werden im Leben nie einen Kredit sich nehmen können, geschweige gewillig bekommen, wenn die dort reinkommen. Ich glaube, da wird einander vorbeigesprochen. Ich glaube, Mr. Bates meint die Unternehmen. Mir geht es aber nur, dass Arbeitsplätze in den Minen attraktiver gemacht werden. Das bringt mich auch nicht. Dass Arbeitsplätze attraktiver gemacht werden, ja? Ja. Nun, grundsätzlich ist das eigentlich eine Frage der Unternehmenssache und nicht der Politik. Letztendlich können Arbeitgeber sehr viel entscheiden, wie sie für ihre Arbeitnehmer nun letztendlich attraktivere Arbeitsplätze gestalten. Grundsätzlich kann man sagen, natürlich, wir finanzieren von der Politik hier... Aber ich bitte, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt alles finanzieren, wo sollen wir das Geld hernehmen? Das ist natürlich eine interessante Frage. Es geht doch nicht nur um Finanzierung, es geht auch um Beratung. Da kann er jetzt aufdrehen, da muss ich auch sagen. Da kann er jetzt aufdrehen, da muss ich auch sagen. Wir arbeiten mit der Metapher, jeder ist ein Eigenglückes-Schmied. Stellen Sie sich das System wie ein Tee vor. Unten sind die Arbeiter, die Menschen aus den Minen, die Menschen, die etwas für diese Stimme tun. Oben sind wir. Wir sind legendlich für die Verwaltung und Organisation zuständig. Wenn das Tee unten aber zu schmal wird, muss und wir irgendwann zu schwer werden, bricht das System zusammen. Wir sind also in vollem Maß dafür verantwortlich, dass auch solche Arbeiten jetzt auch immer gemacht werden. Wie ich schon sagte, ist das wirtschaftspsychologisch aufgestellt worden. Wenn Eisen Mangel wird, ist es so, man hat ein niedrigeres Angebot, eine höhere Nachfrage. Der Preis steigt. Dadurch können Unternehmen bestimmte Sachen vielleicht teuren, Sachen teurer machen oder die Bürger können es sich nicht mehr leisten. Und dann ist die Stadt verpflichtet, dort einzugreifen durch zum Beispiel Beratung oder finanziellen Hilfen. Und dann werden auch Löhne besser bezahlt in den Minen und dadurch werden Arbeitsplätze attraktiver. Es geht ja nicht nur um Löhne, sondern auch um bessere Arbeitszeiten, um erleichtertere Arbeit, vielleicht um Vorteile, die man bekommt. Um Schutz, wie gesagt, es geht doch um Schutz, Mister. Oder um Schutz. Es gibt ganz viele Fakten, die da mitspielen. Und wie Sie sehen, ist die Attraktivität dieser Arbeit gerade nicht besonders hoch. Also ist es wohl sehr stark, unsere Aufgabe dagegen anzuwirken, weil große Unternehmen wie der Büchsenmacher oder die Kutschenbauerei, die wichtig für diese Stadt sind, davon abhängig findet. Die Frage ist tatsächlich, warum ist der Kutschenbauer, also nichts gegen die Wagenknechts, mehr wichtig als zum Beispiel ein Pub, wo die Leute ihren schwer verdienten oder schwer abgearbeiteten Ich will nicht viel reden, ich sage, genau. Ich habe es ausschließlich auf diesen Eisnern gezogen. Sprechen wir nun über die Situation der Pharma oder Situation, naja, der Distellerie zum Beispiel, würde ich es auf den Pub beziehen. Aber mir wäre kein besonders... Wobei, Sie sagen schon einiges. Wie gesagt, ich finde, dass auch ganz oben mit auf der Liste stehen muss, dass halt unsere Gesetzeshüter da, dass da auch was passieren muss. Wie gesagt, momentan ist ja, es ist recht schwer. Ich verstehe das auch. Aber da muss halt auch was passieren. Wie gesagt, momentan ist ja, ich musste meine Mitarbeiter aus Ennisburg und aus Rodes zurückziehen, weil da nicht für Schutz gesorgt wird. Ja, aber zur Aufklärung, ich meine, wer ist wieder hier, der Bürgermeister von Santé nie gewählt, natürlich hat er auch Auswirkungen, aber er kann natürlich nicht wahrscheinlich bestimmen, wer das Office in Ennisburg besetzen soll. Das kann ich mir ehrlich vorstellen. Oder liegt das in eurem Interesse? Dann bitte um eine Antwort. Man kann es natürlich nicht bestimmen, aber wie ich vorhin schon sagte, ist es für eine Stadt wichtig, auch starke Geschäftspartner zu haben, um zum Beispiel Import- und Exportgeschäfte zu verfolgen, aber natürlich auch geschäftliche Beziehungen besser pflegen zu können. Deswegen müsste man auch mit solchen Menschen in die Verhandlungen gehen und auch dort vielleicht gegebenenfalls unterstützen. Sie sehen das schon ganz richtig, Sir. Wir haben zwar keinen Zuständigkeitsbereich dort, wir sind aber abhängig davon. Ich meine, im Moment, wie Sie schon sagen, versorgen wir uns ja nicht vollständig selber. Deswegen liegt es auch in unserer Pflicht, uns darum zu kümmern, dass unsere Geschäftspartner gestärkt werden. Frage. Ähm, kurz, ja bitte kurz. Ja, auch Frage. Wie definieren Sie solche Menschen? Bitte, Morten. Ganz divers. Solche Menschen, äh, naja, war vielleicht etwas unglücklich ausgeschickt. Ich meinte Bürger. Damit, äh, meine ich alle Menschen. Es ist nicht wichtig, wer wir sind. Es ist nämlich, äh, nur wichtig, was unser Plan ist. Pöbel, Pöbel auf der Straße, nennen Sie uns auch Pöbel. Also sprechen Sie es doch einfach aus. Ja, was sagen Sie dazu, zu dem Vorwurf? Sag dir nichts mehr. Wissen Sie, um es privat zu sagen, leide ich leider an etwas, an ein paar Krankheiten. Manchmal tun mir die Medikamente nicht besonders gut. Natürlich müsste ich dann den solchen Fan für eine Vertretung suchen. Kann sein, ich bin mir nicht sicher, ob mir so etwas mal passiert ist. Dann möchte ich mich hier vor aller Öffentlichkeit gerne bei Ihnen entschuldigen. Also Sie sind unzurechnungsfähig? Das schieben Sie jetzt auf Ihre Krankheit und Ihre Krankheit behindert die Tatsache, dass Sie nicht richtig arbeiten und sich artikulieren können, wie ein Politiker es tun sollte, richtig? Nein, das stimmt nicht. Zu der Zeit hatte ich eine, naja, recht schwere Verletzung. Ich stank, naja. Ja, ich war unter starken medikamentiösen Einflüssen. Ich hatte zu diesem Moment aber nicht die Position meines Amtes, sondern war als Privatperson unterwegs. Selbst wenn Sie als Privatperson unterwegs sind und Sie sind nun mal Politiker von Beruf, können Sie sich dann erlauben, solch einen Umgangston an den Tag zu legen? Erlauben dürfte ich es mir, aber ich stehe nicht dafür. Deswegen habe ich mich gerade bei Ihnen vor all diesen Menschen dafür entschuldigt. Gut, dann haben wir dieses Thema abgehackt. Schau, Sie halten noch eine Frage, glaube ich, oder? Ja. Bitte, frage Sie. Eine Bemerkung noch zum letzten Lügenlippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer treu handelt, ist sein Wohlgefallen. Und wenn Sie jetzt schon in geistiger Umnachtung so über die armen, einfachen Männer dieser Stadt reden, dann wage ich mir nicht auszumalen, wie Sie bei klarem Geist immer noch über Sie denken. Meine Frage ist, wenn diese Stadt oder dieser ganze County so schlecht mit Polizisten besetzt ist, jeder Mann und jede Frau um sein hart verdientes Brot und sein hart verdientes Geld kämpfen muss, warum dann nicht dem einfachen Volk hier Zugeständnisse machen, Rechte geben, eine Art Jedermann-Gesetz, wo man sich zusammentun kann und selbst für Recht und Ordnung suchen kann, wenn die Polizei das nicht mehr schafft. Sie meinen eine Gründung einer Bürgerwehr, oder wie? Na, wenn nichts anderes mehr hilft. Meine Kinder wurden, seit sie hier sind, dreimal überfallen von drei verschiedenen Banden. Das ist nicht schön zu hören. Gut, an die beiden Kandidaten. In Rots kommen Leute und sagen, der Bürgermeister ist doch nicht mehr zuständig. Was sind denn das für Zustände hier? Ja, ist verständlich. Mr. Bates, was sagen Sie dazu? Gründung einer Bürgerwehr, Gesetze für Bürger, wo sie sich selbst zu wir setzen können, ist das etwas, was sie damit anfangen können, oder ist das etwas, was sie komplett ablehnen? Nun, grundsätzlich kann man sagen, dass eine Bürgerwehr von der Verfassung her dazugehört. Nun, aber dementsprechend wurde natürlich schon entgegengewirkt. Man kann sagen, dass mittlerweile aus einer Bürgerwehr eher so etwas wie eine Miliz geworden ist und dementsprechend schon fast eine Staatsgarde. Nun, es wurde mittlerweile verstaatlicht, aber damals war eine Bürgerwehr gang und gäbe. Wissen Sie, mittlerweile haben wir das Thema aber abgehakt und dementsprechend sollte natürlich keine Bürgerwehr mehr existieren. Wissen Sie, wir sollten stattdessen lieber die Finanzierung von den Polizipartnern unterstützen, damit diese mehr Sicherheit in dieser Stadt bereitstehen können. Das heißt, Sie sind in dem Fall gegen eine Gründung einer Bürgerwehr, weil sie nicht mehr notwendig sein sollte, weil das Policedepartment eigentlich die Mittel zur Verfügung gestellt werden sollte, damit eben eine Bürgerwehr nicht notwendig ist. Richtig. Mr. Morten, was sagen Sie dazu? Selbst Justiz ist ein gefährliches Instrument. Ich bin auch dagegen, wie ich aber schon von Anfang an bemerkte, bin ich für eine liberalere Einstellung, also auch nach gewissen Vorgaben natürlich, die man berücksichtigen muss, für die Zugänglichkeit aller Bürger zu einer Waffe und auch zu dem Recht, sich unter dem Eigentum damit zu schützen. Um zum Beispiel mal einen Lösungsansatz zu nennen. Ich habe so etwas noch nicht ausgearbeitet und noch nie mit jemandem besprochen. Es ist nur eine Idee, die ich vielleicht freuen könnte. Wir haben zum Beispiel einen Büchsenmacher in diesem Land. Ich möchte keinen Namen nennen. Und diese Büchsenmacher werden zum Beispiel nach Einverständlichkeit mit einem Arzt, die Befugnis dafür bekommen und dafür unterrichtet, dass sie Menschen beurteilen können, nach zum Beispiel ihrem psychischen und Geisteszustand. Wenn sie sie für fähig halten, eine Waffe zu besitzen, werden sie demmaß berechtigt und können damit, wenn sie die Waffe verdeckt tragen, ich meine, wir möchten ja niemanden provozieren, sich und ihr Eigentum beschützen und damit wehren. Ich selbst bin nämlich Opfer solcher Überfälle geworden und weiß, wie unangenehm so etwas sein kann. Sollte es nicht jedem das Recht sein, eine Waffe tragen zu dürfen und sein eigenes Leib und Leben zu schützen? Das sage ich ja gerade. Ich sagte aber auch, nein, Menschen, die damit nicht verantwortungsbewusst umgehen können und damit andere gefährden, sollte es nicht gestattet sein, da sie damit eine Gefahr für alle darstellen. Nun, da muss ich aber einkriechen. Da gibt es aber doch das Police Department, um sowas dann einzugrenzen, nicht? Entschuldigung, Mr. Bates. Mr. Bates, bitte. Aber dem kann man ja vorbeugen. Herr Bates, bitte, Sie sind erworben. Wissen Sie, wir sind ein freies Land und dementsprechend ist natürlich auch die Waffenfrage so geregelt. Dementsprechend kann man sagen, dass jeder Bürger das Recht hat, eine Waffe zu besitzen und natürlich sich auch selber zu verteidigen. Ich bin, wie gesagt, schon gegen eine Bürgerwehr, weil zwar einen, der die Gewaltenteilung mittlerweile haben, ja, und selbst Justiz natürlich nicht gerne gesehen ist. Und dementsprechend sollte sich aber jeder Bürger dennoch selber verteidigen können und dementsprechend auch eine Waffe zu besitzen. Ich würde zu der Freiheit in den Vereinigten Staaten wieder zuhören. Wenn wir schon dabei sind... Ich schließe mich dem zwar an... Warten Sie einen Moment. Ja, bitte, ich möchte einen kurzen Antworten. Ich schließe mich dem an, bin aber trotzdem der Meinung, dass man bestimmten Problemen wie psychisch kranken Menschen oder der Provokation durch bestimmte Regelungen entgegenwirken kann, um somit Probleme vorzubeugen, bevor sie existieren. Wir wollen diese Stadt ja nicht ins Chaos stürzen. Frage. Mr. McGillister. Das nächste Mal, wenn Sie medikamentös behandelt werden, dann darf ich Ihnen auch quasi den Alkohol verwehren, weil Medikamente und Alkohol vertragen sich ja bekanntlicherweise nicht. Wollen Sie das damit ausdrücken? Mr. Morton. Ja, ein recht, ähm, naja, komplizierter Vergleich. Aber wenn Sie das so sehen, haben Sie natürlich in einer Art und Weise das Verkaufsrecht in diesem Fall. Ähm, ich würde es nicht ganz so beschreiben wie Sie, sondern mit mehr Regelung und auch Bescheinigung und Verantwortung für die Personen, also in diesem Fall Sie, veranlassen, um eine Objektivität zuzusichern. Aber das Grundprinzip von Ihnen stimmt. Dann sollten Sie doch einmal die Waffenschmiede und Büchsenmacher das Recht geben, das selbst zu beurteilen und nicht irgendwelchen Doktoren. Verzeihen Sie, wenn die wirklich anwesend sind. Aber das habe ich doch gesagt. Sie sollten lediglich darüber unterrichtet werden, welches zum Beispiel Merkmale sind von Menschen, die psychisch erkrankt sind. Ich finde, bei dieser Beurteilung kommt die Kirche viel zu kurz. Wo ist die Kirche, die Ihre Meinung dazu abgeben kann? Sie ist also in Ihrem Interesse, Mr. Martin. Auch die treue Gotte spielt natürlich eine Rolle. Mr. Bates? Ja. Ja? Ja, bitte. Die Kirche soll die Mitspracherecht haben bei Ausgabe von Waffen etc., Alkohol an Leute, soll die da mehr Mitspracherecht haben? So wie auch Ärzte. Die Kirche? Die Kirche, ja, hat der Herr hier gesagt. Nein. Gefragt. Kirche nicht. Die Kirche soll natürlich kein Mitspracherecht haben. Die Kirche ist ein unabhängiges Instrument und ist natürlich für die Religionsfrage noch verantwortlich. Jetzt verdrehen Sie aber meine Worte. Ich sagte nicht, dass die Kirche dafür verantwortlich ist, Waffen auszuhändigen, sondern dass die Treue Gottes auf den Einfluss der Waffenvergabe in der subjektiven Meinung des Büchsenmachers berücksichtigt werden sollte. Aha. Ja. Das ist jetzt richtig verstanden, Nummer 12, das Verschämtnis, ja. Jemand, der an Gott glaubt, bekommt eine Waffe und der andere vielleicht möglicherweise nicht, weil er nicht glaubt. Das wäre ja ungleiche Behandlung. Das ist ein Unterschied, Mr. Cockburn. Ich schrei mal was rein. Ich verkaufe jedem eine Waffe, der für mich in der Lage ist, damit umzugehen. Da ist mir die Kirche scheißegal. Das sind meine Kunden und nicht die der Kirche. Das hört. Jetzt bitte nicht richtig streiten anfangen hier im Schal, gell. Beantworten Sie die Frage von Mr. Cockburn, bitte. Entschuldigen Sie, wie war das noch gleich, Mr. Cockburn? Ob ich das richtig verstanden habe, was Sie sagten, dass ein gottgläubiger Mensch eher eine Waffe bekommt, oder er es positiv dargestellt wird, um eine Waffe zu bekommen, als jemand, der nicht glaubt? Nein. Wissen Sie, vieles in unserer Welt behut auf den Grundlagen der Bibel. Die Bibel ist eine Gesetzesverfassung, Regeln, wie wir Menschen miteinander leben wollen. Sie brauchen mir nicht jetzt wählen, wie alles zustande gekommen ist. Sehr gut, sehr gut. Ich habe die Bibel in diesem Zusammenhang, also als Synonym für bestimmte Regeln und Normen genommen, aber wie ich schon sagte, natürlich durch die subjektive Darstellung des Büchsenmachers. Okay, vielleicht sollten Sie die Worte ein bisschen besser wählen. Vielleicht sollten Sie einfach bessere Worte machen, denn hier sind doch einfache Leute aus dem Arbeiterviertel da. Alle Leute sind hier in der Stadt. Die wollen das auch verstehen, was Sie sagen, ja, und viele haben es missverstanden, denke ich. Wenn wir schon bei dieser Frage sind... Dann danke ich Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das nochmal richtig zu stellen. Dann hat die Zeitung hier auch noch eine Frage, und zwar, wenn wir schon bei den Waffen sind und überhaupt bei Warenausgabe etc., liebe Kandidaten, sind Sie dafür, dass jeder hier, jeder Mensch gleich behandelt wird vor dem Gesetz und vor dem, wie gesagt, dass der Büchsenmacher eben, das ist ja eine wunderbare Frage, an jeden eben Büchsen ausgibt, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion und egal, ja, bitte, Mr. Bates. Ja, da gibt es nicht viel zu antworten. Einfach nur, ja, jeder sollte gleich behandelt werden. Wir sind letztendlich alle in die Vereinigten Staaten gekommen, ja, um für Freiheit zu streben, um nach dem Glück zu streben, ja, und dementsprechend sollte natürlich jeder gleich behandelt werden, ja. Das heißt, es wird auch ein Gesetz gegen Vorverurteilungen geben von gewissen Volksgruppen? Bitte wie? Wird es auch eine Art Gesetz geben oder, wie sagt man, Richtlinie gegen die Vorverurteilung von bestimmten Volksgruppen? Nein. Nicht? Es gibt keine Vorurteile in meiner Politik und dementsprechend sollte jeder gleich behandelt werden. Wie wollen Sie dann gegen Vorurteile vorgehen? Nun, gegen Vorurteile vorgehen, ist natürlich eine interessante Frage, ja. Dementsprechend müssen solche Leute ausgesondert werden, ja, aus den öffentlichen Ämtern. Wunderbar, Mr. Morton, was sagen Sie dazu? Wie stehen Sie dazu? Es ist nicht wichtig, wer wir sind. Es ist nur wichtig, was unsere Pläne und was wir für Personen sind. Danach sollten wir beurteilt werden und dafür sollten wir alle stehen. Deswegen bin ich auch gegen Vorurteile in bestimmten Positionen, Positionen, die Verantwortung mit sich bringen, sollten aber doch dennoch bestimmte Regelungen gelten. Aber natürlich auch für alle Personen gleich. Widerspricht sich dann nicht Ihre Aussage, es ist nicht wichtig, wer wir sind, aber es ist wichtig, was für Personen wir sind? Nein, das zweite war je inklinglich eine Ergänzung. Und was würden Sie tun, wenn jetzt zum Beispiel an Sie herangetragen wird, dass Person XY quasi ausgegrenzt wird, weil aus religiösen Gründen oder weil das Herkunftsland nicht passt, weil eine pauschale Verurteilung der gesamten Volksgruppe halt quasi en vogue ist, was würden Sie da tun? Würden Sie da ein Gesetz dagegen erlassen, würden Sie diejenige Person, mit der Handel getrieben wird und dann eben nicht Handel getrieben, weil ausgegrenzt vom, wie soll ich sagen, vom Staat hier bestrafen mit einer Verwaltungsstrafe oder sogar das, wie soll ich sagen, rausschmeißen aus dem jeweiligen Englischunternehmen zum Beispiel, ja, enteignen? Grundsätzlich würde ich es anders machen. Ich würde Gesetze gegen genau solche Sachen aufstellen und diese Menschen dann an die Judikative verweisen, wo sie dann das Recht haben, dagegen zu klagen und ein rechtsmäßiges Urteil bekommen dürfen und dementsprechend die bestimmten Personen im Maße des Richters auch dafür verurteilt werden. Es ist aber auch so, dass Bildung bei Vorurteilen eine entscheidende Rolle spielt, wie auch Mr. Bates schon erwähnte, die Ausgrenzung von Menschen mit Vorurteilen aus hohen und verantwortungsvollen Positionen. Dank. Fragen dazu? Ja, wenn ich noch was sagen dürfte. Ich hätte tatsächlich eine Frage. Ah, Mr. Bates, ja. Ja. Dann kommen Sie dran. Ja, Mr. Bates. Ich muss Mr. Morten recht geben, ja. Nun, es gibt natürlich die Freiheit, ja. Ja, aber die Verfassung sagt auch, wenn man seine Verfassungsrechte verspielt hat, ja, sei es durch ein Mord, da muss man sich für eine Judikative natürlich rechtfertigen. In dem Sinne muss ich Mr. Morten recht geben, ja. Natürlich muss man sich für eine Judikative rechtfertigen und natürlich auch dementsprechend eine Strafe dann somit sich aufbeugen. Von daher, ja. Die Frage, bitte. Da war noch eine Frage. Ja, das ist richtig, die kommt von mir. Ah, bitteschön. Fragen Sie. Tatsächlich. Ähm, ja, kurz gesagt, ich bin Mr. Foster, ich bin der Büchsenmacher hier aus Saint-Denis und ich bin jetzt gerade dazugeschossen und habe folgende Frage. Was hat die Kirche mit meinem Geschäft zu tun? Fragen Sie das jetzt die Kandidaten oder die Kirche selbst? Also wenn... Sowohl als auch, weil ich finde, wenn das Ganze jetzt hier in diese Politik mit reingetragen wird, ist das im Interesse meines Geschäfts zu wissen, mit wem ich jetzt zukünftig Geschäfte mache. Mache ich mit der Kirche Geschäfte oder mache ich mit den Bürgern hier Geschäfte? Bin ich unabhängig, selbstständig oder bin ich abhängig von jemandem? Mr. Morten, glaube ich, kann jemand als erstes antworten. Mr. Morten ist das Wort, bitte. Und sätzlich sind Sie unabhängig. Die Kirche hat Ihnen nicht in Ihre Geschäfte zu forschen. Ich sagte nur, dass die Treue Gottes vielleicht für Sie eine Position spielen sollte. Ich, wie Mr. Cockburn schon anerwähnt hatte, hatte ich mich wahrscheinlich etwas unglücklich ausgedrückt. Ich sehe es aber so, dass man die Waffenvergabe in Zukunft vielleicht regeln sollte durch Gesetze, um bestimmten Problemen vorzubeugen. Können Sie das weiter erläutern? Ja, gerne doch. Ich finde zum Beispiel, psychisch kranken Personen sollte es verboten werden. Waffen, mit denen Sie die Allgemeinheit gefährden. Äh, naja, den Erwerb davon und das Tragen, oder, ne, sein Erwerb vielleicht nicht, aber das Tragen dieser Waffe in der Öffentlichkeit sollte Ihnen verboten werden. Sehe ich das richtig? Das heißt, Sie würden den Kauf zulassen, aber den Erwerb, also, aber das Tragen nicht? Ja. Ist dann somit dann nicht jeder bei Ihnen ein bisschen auf der Öffentlichkeit? Nein, das Tragen in der Öffentlichkeit, entschuldigen Sie. Mr. Morten. Also, bei allem Respekt habe ich meine Frage tatsächlich, und ich war noch nicht fertig, ich fühle mich da ein bisschen auf den Schlips getreten, ich meine tatsächlich, sind Sie, ich meine, die Befürworter für das, was Sie hier gerade gesagt haben, der Meinung, dass wir Büchsenmacher unseren Job nicht richtig gemacht haben? Sind wir dafür verantwortlich, für die Leute, die mit ihren Waffen Straftaten begehen? Nein. Machen wir unseren Job nicht richtig? Nein, das habe ich nie gesagt. Warum sollte das also so reinkommen? Das ist das typische Kurzverdrehen, herrlich. Warum sollte jemand beurteilen, wer in der Lage ist, eine Waffe zu kaufen und wer nicht? Ist derjenige Büchsenmacher? Das ist wie in der Realität. Kennt derjenige sich mit diesen Werkzeugen aus? Hat der eine gute Menschenkenntnis? Glauben Sie, dass die Büchsenmacher nicht in der Lage sind, das selber zu machen? Also, wenn ich dazu etwas sagen darf. Die wird nie enden. Bitteschön, repliziert darauf. Einmal hat er noch dazwischen gesprochen. Soll ich sagen oder der andere? Naja, jetzt mal, Mr. Morton, replizieren Sie noch darauf schnell und dann hat Mr. Page das Wort. Ein bisschen länger natürlich. Ähm, nein, die Verantwortung liegt nicht bei Ihnen. Aber Sie müssen sehen, Mr. Foster. Sie haben eine verantwortungsbewusste Person in Ihrem Geschäft. Und dadurch sollte eine Regelung erfolgen. Ähm, wie ich schon sagte, ich habe nur Ideen, die man natürlich mit Ihnen abstimmen musste, um so etwas entgegenzuwirken. Die Aufgabe des Rathauses ist es nämlich, für die Sicherheit der Allgemeinheit zu garantieren. Und dazu ist, nun mal ein wichtiger Bestandteil, das Tragen von tödlichen Waffen in der Öffentlichkeit von allen Personen. Man muss sich natürlich da mit Ihnen zusammensetzen, um Ihr Geschäft nicht zu schädigen. Nun gut, ein letztes, ein letzter Satz von mir. Ich stelle. Ja. Warum wird hier über Waffen debattiert und nicht über die Wirtschaft? Und zuletzt ist es tatsächlich noch so... Jetzt muss ich kurz mir die Wörter zurechtlegen. Einen Moment. Ähm... Ne, das passt schon. Ich glaube, ich habe alles tatsächlich gesagt. Also ich finde die Wirtschaft tatsächlich wichtiger, als dass jeder über Waffen debattiert wird. Und vor allem sehe ich Ihre Aussage als kritisch an, die Sie gerade beurteilt haben, dass das Rathaus und die damit verbundenen Ämter, die dort begeben sind, nicht für die Sicherheit zuständig sind. Ich glaube, dafür haben wir einen Police Office und den Marshal höchstpersönlicher, der diese Aufgabe übernimmt, sondern das Rathaus ist meiner Meinung nach die Instanz, die dafür zu sorgen hat, dass die Interessen des Volkes, zumindest dieser Stadt, durchgesetzt wird. Und nicht irgendwie die eigenen Köpfe, die dort oben drin sitzen. Ich finde, da sollte man anfangen. Mr. Bates. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es geht aber natürlich auch um Wüt... Mr. Morton, bitte, kurz einen Moment. Mr. Bates, kurz noch eine Replik auf die Waffen und dann vielleicht gleich weiterführend auf diese interessante, natürlich wirkliches, gutes Anliegen, dass das Volk hier, die Bürger, gleich an erster Stelle kommen sollten, nicht? Leider kommt Mr. Bates hier nicht so wirklich an, wenn Sie das kurz und knapp wiederholen können. Können Sie das kurz und knapp wiederholen gleich? Ich bin kurz und knapp. Also von Ihnen, von der Presse aus, ja. Bitte wie? Wenn Sie noch mal die Frage... Wenn Sie das wiederholen, was Mr. Bates denn sagt. Nein, ob Sie die Frage noch mal bitte wiederholen könnten. Es geht darum, es ging darum, um die Büchsengeschichte, warum der Büchsenmacher, also ja, sie waren ja eigentlich gar nicht dafür, aber egal. Mr. Morton wurde gefragt, ob die Büchsenmacher ihre Handwerk quasi nicht gut machen in seinen Augen, weil es Gesetze geben sollte, die Leute quasi überprüfen, wer die Waffen überhaupt ausgehändigt bekommt, nicht? Und ob Sie, meine Frage ist hier dann auch eigentlich, sind Sie dann dafür oder soll jeder x-beliebig eine Waffe bekommen, zu verkaufen? Sie mischen sich nicht ein in die Geschäfte der Leute? Natürlich mische ich mich nicht mit ein, ja. Also, wo kommen wir denn da hin, wenn sich die Politik in Geschäfte einmischt? Ja, und dann war noch die zusätzliche Frage, sollten sich die Bürgermeister und der Stadtrat etc. nicht eher um die Bürger quasi bemühen und ihnen helfen, eben auch, dass die Sicherheit gewährleistet ist, anstatt über Waffen und Waffengesetze etc. zu diskutieren? Und das hat diese, diese Frage ist hier aufgekommen. Aber das war tatsächlich falsch, Schuljahr, dass ich noch unterbreche. Entschuldigung, bitte. Tatsächlich war meine Frage oder beziehungsweise meine Aussage die, dass der Stadtrat und die Ämter, die in dem Rathaus besetzt sind, nicht dazu da sind, für die Sicherheit in dieser Stadt zu sorgen, sondern dafür da sein sollten, die Interessen des Volkes dieser Stadt zu repräsentieren und durchzusetzen und nicht ihre eigenen Köpfe. Das ist das. Wir sind für beides verantwortlich, auch für wirtschaftliche Sicherheit und soziale Sicherheit, Sir. Warum geht man dann nicht auf diese Themen an, die hier tatsächlich wirklich sehr große Tragweite haben und debattiert hier über irgendwelche Waffen, die anscheinend das kleinste Problem sind? Denn ich bin ganz ehrlich mit Ihnen, ich bin der einzige Büchsenmacher mit meiner Frau aktuell und ich könnte nicht mal, Mr. Morton, ich könnte nicht mal jeden Bürger oder jeden zweiten Bürger, und weder dritten noch vierten Bürger mit einem Eisen ausstatten. Das heißt, das Problem liegt nicht an den Waffen, sondern es liegt mehr oder weniger an der Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft nicht gebessert wird, dann bleibt das Problem immer noch nicht bestehen. Ich finde, man sollte erst an der Wirtschaft ankommen und Waffen auf den Markt bringen. Dann könnten wir darüber debattieren, ob das ein Problem ist, dass vielleicht die Büchsenmacher ihren Job nicht richtig machen. Ja, das Schmiedenthema zum Beispiel hatten wir schon mit den Rohstoffen etc., mit den Lieferungen. Da war ja der eine Kandidat für quasi, wie soll ich sagen, die Unternehmen sind es, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das würde ich auch gar nicht weiter eingehen, aber tatsächlich hätte ich gerne Mr. Bates' Meinung dazu gehört, weil Mr. Morton hat bereits seine Meinung dazu abgegeben. Mr. Bates, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wieso wird hier diskutiert, fragt der Büchsenmacher, nicht über die Anliegen der Leute der Wirtschaft hier, warum das, wie soll ich sagen, das Volk, warum man sich nicht um das Volk kümmert und die Anliegen der Unternehmen, weil er kann nicht einmal, wie soll ich sagen, jeden Bürger könnte er, wenn er wollen würde, nicht mal eine Büchse quasi verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie wir das klären wollen, dass man nicht jedem Bürger eine Waffe verkaufen kann. Nein, 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 nein. Wenn er wollen würde, kann er nicht mal jedem Bürger eine Waffe verkaufen, weil er die Rohstoffe, die Zulieferer nicht da sind. Wie wollen Sie dieses Problem beheben? Ah, ich verstehe. Nun, grundsätzlich muss man natürlich mit anderen Städten kooperieren, ja. Ja, dementsprechend sollte man natürlich auch, nun, dementsprechend sollte man auch die Politik in anderen Städten ankurbeln, ja. Wir brauchen dringend eine Politik in Ehrensburg, die sich damit auseinandersetzt, wie man das Minenproblem angeht. Und dementsprechend sollte es dann auch die Interesse von Saint-Denis sein, ja, wie man das Problem wiederum mit Ehrensburg zusammen angeht, ja. Es spielen mehrere Faktoren, was dies angeht, eine wichtige Rolle, ja. Ja, aber wie wollen Sie das Problem angehen? Wenn man das jetzt angegangen werden muss, ist ja klar, aber wie ist die Politik, die Vernetzung mit den anderen Städten, die Vernetzung mit anderen Bürgermeistern, wie soll das vonstatten gehen? Wie ist da die Zukunftsplanung? Haben wir einen Horizont? Was mich auch interessieren würde, das jetzt da herein, auch von der Zeitung eine Frage, wie schaut es mit langfristigen Verträgen aus? Wenn zum Beispiel zugesichert worden ist, dieses Land, xy-Land, wird quasi demjenigen verpachtet und da wird dann die Lizenz erlassen, dass dieses, was ich meine, ein Sägewerk gebaut werden darf. Und dann zum Beispiel tankt der Bürgermeister ab und es kommt ein neuer Bürgermeister, eine neue Wahl. Wie schaut es hier aus mit der Rechtssicherheit der Verträge? Wird das dann quasi von Bürgermeister zu Bürgermeister entschieden? Werden diese Verträge über die Generationen hinaus wachsen oder wie soll das ausschauen in Zukunft? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass Verträge erstmal über den Stadtrat bei meiner Politik laufen, ja. Und dass da mehrere Leute mitentscheiden. Die Unterschrift selber setzt dann zwar immer noch der Bürgermeister, aber es haben die Bürger dieser Stadt diesem Vertrag dann letztendlich zugestimmt und natürlich bleibt dieser auch weiterhin nun beibehalten, ja. Der erlischt nicht nur, weil ein neuer Bürgermeister dann nun an dem Amtsposten kommt, ja. Er kann aber auch dann nicht aufgelöst werden, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, der neue Bürgermeister sich denkt, naja, der ist mir nicht so genehm, den mag ich nicht. Nun, ein Vertrag kann natürlich von einem Stadtrat wiederum aufgelöst werden, ja. Das ist tatsächlich auch möglich, ja. Wunderbar. Ob das dann eine gute Entscheidung ist oder nicht, das ist natürlich unabhängig dann vom Vertrag selber dann, ja. Und ja, aber dementsprechend kann ein Vertrag auch von einem Stadtrat aufgelöst werden, aber nicht vom Bürgermeister selber. Nicht vom Bürgermeister selber. Und jetzt nochmal zu den Problemen mit den anderen Städten und mit den Zulieferungen der Rohstoffe. Wie wollen Sie das beheben in Zukunft? Was tun Sie dagegen? Nun, also grundsätzlich verlasse ich mich auf die Unternehmen. Und wenn sie sagen, ja, wir können das stemmen, eine gewisse Anzahl zu liefern, dann verlasse ich mich in erster Linie darauf. Von der Politik her, ja, für Unternehmen schaut das natürlich wiederum anders aus. Wenn sie nicht die versprochene Menge erhalten, dann stehen wir natürlich vor einer Problematik. Aber da kann die Politik leider in dem Sinne wenig machen. Wissen Sie, es sind mehrere Faktoren abhängig. Wenn die Mine sagt vielleicht, sie haben zu wenig Rohstoffe, was sie aktuell erarbeiten können, dann müssen wir vielleicht uns Gedanken machen, sogar eine neue Mine zu eröffnen, wo man mehr wirtschaften kann. Ja, es spielen sehr viele Faktoren dabei eine Rolle. Und ich finde, dieses Problem sollte dann auch als erstes angegangen werden, in einer Besprechung mit dem Stadtrat, ja, und dementsprechend hier. Ja, Mr. Morten. Ich hätte eine Zwischenfrage stellen. Ja, Zwischenfrage, ja, Gelschmidt, bitte. Ich wollte nur kurz fragen, wie lange Sie gedenken, diesen mittlerweile sehr regen Austausch zu halten, denn wir haben alle Mittel abgestellt, damit die Bürger sicher sind, aber können natürlich alle nichts anderem nachgeben. Es sind anderthalb Stunden, ich wollte nur fragen, damit ich weiß, maximal noch zehn Minuten, maximal noch zehn Minuten. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Minenthema, in der Vorarbeit der Mine und kann Ihnen genau sagen, wo das Problem in der Mine liegt. Das liegt daran, dass wir nicht die Unterstützung bekommen, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben. Wir haben aktuell vielleicht fünf, sechs Mitarbeiter, die täglich zwei, drei Stunden in der Mine arbeiten, mit Schweiß und Blut, und ja, da können wir halt nicht raus. Wir brauchen mehr Mitarbeiter. Das liegt nicht daran, dass wir nur eine Mine haben. Wir haben einfach keine Mitarbeiter. Man macht auch Werbung. Ja gut, das ist ein Thema, was ich offensichtlich jetzt zusammenfassen kann. Mr. Bates sagt hier eindeutig, das Glück ist eigener Schmied, das Unternehmen, nicht? Ja. In diesem Fall kann man nur beipflichten, macht es Werbung, nicht? Mr. Morten, was ist Ihr Begehr darauf? Ist es dasselbe wie Mr. Bates oder ist es ein anderer Angehensweise? Nein, ich habe mich ja schon sehr ausgiebig zu dem Thema der Mythik geäußert, bezüglich Wirtschaftskreislauf, Wirtschaftspsychologie und in dem entsprechenden Folgen und Resultate, die die Stadt ergreifen muss, um sich natürlich und die wirtschaftliche Sicherheit für diese garantieren muss, auch zu sorgen. Gut, dann kommen wir einfach zur letzten Runde. Ich habe eine Zwischenfrage. Eine Zwischenfrage, ja bitte. Was haben Sie bisher für die Wirtschaft getan? Wer? Die Herren, die da oben stehen. Was haben Sie für die Wirtschaft getan? Mr. Morten, erstes Wort kurz, bitte. Im Moment sind wir ja beide nur Adjutanten des Bürgermeisters. Das bedeutet, wir arbeiten für den Bürgermeister. In meiner privaten Interesse kann ich sagen, dass ich sehr daran interessiert bin, Unternehmen zu fördern, indem ich probiere, Anträge unkompliziert und schnell lösen zu gönnen. Ich glaube, das ist auch Mr. Bates' Ansicht. Privat möchte ich, ob Bürgermeister oder nicht, das durch diese Stiftung, die ich gerne gründen möchte, auch unterstützen. Mr. Bates, Ihre Antwort. Mr. Morten, das ist sehr nett, dass Sie für mich antworten, aber nein, das ist ganz und gar nicht meine Ansicht. Ich habe in meiner Laufbahn im Rathaus schon einige Unternehmen ermöglicht, mit Abstimmung von Miss von Arndt und auch mit der Bank zusammen und mit dem Bürgermeister selber, habe ich einigen Unternehmen ermöglicht, hier Standbein zu fassen in Sonnenier. Und dementsprechend, wie schon davor auch gesagt, bei den anderen Themen, ich ermögliche natürlich sehr vielen Bürgern hier ihr Unternehmen. Und umso mehr Unternehmen wir schaffen, desto mehr Arbeitsplätze schaffen wir, desto mehr können wir Armut entgegenwirken. Und theoretisch gesehen müssen auch die Bürger was dann aus sich machen. Wunderbar. So, da wir jetzt Schlussrunde machen, weil die Zeit drängt. Wir haben das Jahr nur bis 22 Uhr gemietet. Muss ich jetzt bitten, die Schlussworte an die beiden Bürgermeisterkandidaten zu richten. Mr. Bates, beginnen Sie, schlagen Sie, Sie können jetzt frei reden, eine, zwei Minuten maximal. Ihr Wahlprogramm nochmal vorstellen oder was Ihnen so auf der Leber brennt. Dann daher Mr. Morten, kurz mit Mr. Bates beginnen. Los! Gut, also grundsätzlich kann ich nur sagen, dass ich mich einsetze für eine Gewaltenteilung. Und dass dies in erster Linie steht. Und grundsätzlich auch vielen Unternehmen ermöglichen werde. Ja, den Bürgern einige Unternehmen ermöglichen werde, um der Armut entgegenzuwirken. Grundsätzlich kann man sagen, dass ich keine Wahlversprechen mache, weil ich gegen Wahlversprechen bin, die man nicht einhalten kann. Und dementsprechend mache ich sehr wenig Wahlversprechen. Ich würde mich bedanken, wenn Sie mich wählen werden, am morgigen Tag, ja. Und wie schon im Interview mit der Zeitung gesagt, machen Sie was aus sich, ja. Sie sind Glückes eigener Schmied, ja. Und das ist auch die Gewäse meiner Partei, der Republikanischen Allianz. Vielen Dank. Wunderbar, Mr. Morten, Ihr Schlusswort. Ja, also, werte Damen und Herren, ich denke, die meisten von uns, nein, entschuldigen Sie, müssen Sie als adjutantes Bürgermeister von sich vieles merken und verstehen. Wie gesagt, du besprichst den Gekse zu uns selbst. Aber meine Rede, die ich vorbereitet habe, kommt irgendwie nicht in meinen Kopf. Aber sie sind schon super, die beiden. Stattdessen erinnere ich mich die ganze Zeit daran, als ich mit einem neunjährigen Jungen namens Anton ein Spiel gespielt habe. Nee, bitte nicht. Und ihn zehn Spiele in Folge in einem Spiel namens Markala geschlagen habe. Und schließlich sagte ich zu Anton, dass ich gelangweilt bin. Ich wolle nicht mehr spielen, ich bin aufgestanden und sagte, dass ich schlafen gehen werde. Anton sagte, nein, du kannst jetzt nicht gehen. Ich fragte ihn, warum. Und er sagte, es ist nicht vorbei, solange ich nicht gewonnen habe. Das war seine Einstellung, meine Damen und Herren. Wir setzten uns also zusammen und spielten viele weitere Spiele. Und endlich nach dem elften Spiel gewann Anton. Er stand auf, gähnte und sagte, jetzt bin ich bereit, schlafen zu gehen. Aber heute ist drüber kurz gelesen. Was wäre, wenn wir alle diese Einstellung einnehmen würden, nachdem wir eine Ablehnung oder ein Nein erfahren haben? Oder wir ein Meeting haben und niemand erscheint. Jemand sagt, dass wir auf ihn zählen können, aber wir das nicht können. Wenn wir diese Einstellung haben, werden wir uns immer wieder zurückerobern können. Niemand glaubt an dich. Und wir werden immer und immer wieder verlieren. Aber wir können immer nach vorne schauen, auf unseren Traum und jeden Tag darüber nachsagen und sich denken, es ist nicht vorbei, bis ich gesiegt habe. Und dafür möchte ich stehen. Wunderbar, ich bedanke mich an die beiden Kandidaten. Ein großer Dank. Ein Dank an die Bürger der Stadt, dass sie da waren und die Fragen gestellt und sich auch das angehört haben. In diesem Sinne, ihr seid entlassen und einen guten Nachhauseweg, gell? Fiat euch!